Die Einzellage Lafotte befindet sich bei Margreit und gehört zu den warmen und von der Sonne verwöhnten Lagen Südtirols. Das sind ideale Bedingungen für die Rebsorte Cabernet Sauvignon. Und genau aus diesem Grund kommt dieser Cabernet ausschließlich aus dieser Lage. Ein fleischiger Wein mit schöner Frucht, Kräuterwürze, feinen Holzeinflüssen, einer saftig-sampenden Art. Ein klasse Wein, vielschichtig und maskulin.